Aua, ich bin da gleich angegriffen, ey. Janik, Hilfe! Hilfe, du bist tausend Kilometer. Ich bin amoderieren und wurde gleich angeschossen. Also, so, jetzt erst mal hallo und herzlich willkommen zu einem Spiel namens The Cycle. Mit dabei Janik und Janik, ja. Und Janik, hallo Janik, im Osten, da, ich bin genau da, wo ich in Deutschland nie sein würde, im Osten. Okay, gut, ich komme zu dir. Ja, wir spielen The Cycle, erklärt es, spielen müssen wir. Ich. Okay, also. Boah, Spieler! Der! Janik! Also, bei Spielern ruft man Janik. Hilfe! Mach keinen Scheiß, denn. Ja, hier sind Spieler, der kommt nicht an! Einer, oder zwei, oder drei? Einer, erst mal. Ja. Der ist auch nicht. Cool, mein erster Kill. Schön. Der ist auch cool. Der hat auch nur eine Pistole gehabt. Okay. Los, Sven, ab nach Osten. Weiterswinnen? Ja. Okay, befossen. Okay, vertreu sein. Okay, vertreu sein. Ja. okay ja ich hatte ich ja ja man kann nämlich einmal zurück respawn ja haben jetzt natürlich unsere kristall verloren aber wir haben wir sind jetzt gerade sind ich will auch eben kurz verstärken so sind die jetzt noch nicht okay also pvp ist quasi man wird auch für bvp belohnen wie man halt im spiel sieht sich hier ist noch ein schweres teil das ist auch ein quasi an pvp spiel das beispiel man braucht es auch wenn ich das prinzip halten das ist mehr so weniger taktik hand ist zum beispiel ein spiel wo man sehr auf praktisch passiert ist weil man so karakter auch liegen kann jetzt ist alles hier gleich das wird weiter geht es wir sind nördlich von uns jetzt jetzt angegriffen von monstern sven das müssen wir jetzt nutzen okay die sind die sind nicht dabei ja nicht auf die monstern nicht auf die monstern kommt mitkommen ja ich bin bei dir ja ich bin bei dir ja Natürlich. Selbstverständlich. Äh, Spiel. Immer diese Teammates, wirst du? Ich hatte gerade Probleme mit meiner Maus irgendwie. Hast du schon STR4 probiert? Haha. Waaah. So, hab ich noch übersehen? Spieler? Wo? Legst du in ein Feld? Markieren. Da. Ok, ich sehe sie. Ich verkeh' den nicht. Weiß ich nicht. Ja, wir haben noch keine Schuhe liegen gelassen. Auch nicht. Die Wände da oben. Auf so der Blink einzunehmen. Auf so der Höhle raus, aus der Höhle raus. Ja. So, weiter. So. Auf so der Höhle raus, komm. Ja. So, weiter. So. So. F***. So. 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 Ich kann es nicht mehr sehen. Ach du Scheiße, ey. Fuck. Hast du das Ding aktiviert? Ja. Okay. Oh, das ist ein Verwichter. Oh, Schitteli, Schitteli Doodle. Als ob. Was denn? Fältet ihr? Warum? Achso. Fältet ihr auf. Nicht weggehen. Gut. Zwei von drei. Da wird die Zeit knapp sein. Ja. Gut. Weiß ich, kommt nicht hoch. Sind beide da. Auf der gleichen Stelle. Ja. Quasi. Verdammt. Holy shit. So weit. Und natürlich. Fass uns rein. Alleine. Nix wart. Wie kann er ein Quotchen? Keine Ahnung. Ich glaube, du brauchst den Kett. So wie. Ähm. So. Platz 2. Hier. Hier. Hier sind alle Spieler. Okay. Wo ist hier? Hier. Den Gang. Warte. Ja. Okay. Oh. Okay. Okay. Kannst du hier kurz ersteigen? Ok, das ist auch schwer. Das war meins. Aber dann gibt's ja. Das ist schwierig, aber vielleicht... Es ist auf der Weg. Nur mal Ritter. Was denn? Sie sind so schlecht Ritter geboren. Ja, weil wir direkt drei Kastelle gekriegt haben. Achso. Oder Sterne. Ja, mehr kriegen wir doch nicht. Ja, jetzt müssen wir ja eh so ein... ...hier mal kurz irgendein Stift durch. Was? Was? Nichts vielleicht noch? Weiß ich nicht. In einer Minute schafft ihr das vor? Ja, ist ja direkt da drüber. Sollten wir auch essen. Da wird alles aufgedr learnt. Ich bin ein Halt. Wie ist das? Nein, nein! Wie ist das? Ja, wir haben es. Aska, weg hier. Geil. Man schirft da. Aska, schnell. Komm hin. Ich kriege jetzt erstmal über 30 Sekunden Schaden, äh 10 Sekunden. Wenn das wäre, ist das nicht der Gerol? Komm. Ja, ich auch. Geil. Ach, Vierter. Ja. Kann ja noch besser werden. Nein, nein, kann ich besser werden. Eigentlich nicht. Hei, hei. Ja, ich warte noch kurz ab. Ist noch jemand gestorben? Kommerat? Kommerat und Wiese? Ja. Wo war Kommerat denn? Geil. Ne, Vierter. Ja. Ja. Okay. Immerhin geschafft. Immerhin. Ja. Boah. Wie mein, da war jetzt ein bisschen besser. Ja, diesmal war besser. Ich habe immerhin überlebt. Hm. So. Boah. Das wärs aber jetzt auch, oder? Ja. So. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.